So, vielen Dank. Das sind die 50 Cent, ja? Ja, danke. Bitte, gerne. Ma, ich wollte immer ein iPhone haben. Ein iPhone wolltest du schon immer haben? Ja. Und ich wollte schon immer einen Hund haben. So einen. Echt? Ja, sicher. Wir haben eh zwei davon. So süß, zwei davon habt ihr? Ja, ich könnte dir vielleicht einen geben. Mir einen geben? Ja, aber tauschen. Tauschen mit dem iPhone? Ja. Ist das die Dame, ist das die Mama, die was jetzt gerade gegangen ist? Ja. Schau, ich würde dir ein iPhone 14 Plus geben. Frage mal, ob du gegen einen tauschen kannst. Würdest du tauschen? Ja, freiwillig. Ja, kannst du mal die Mama fragen, ob sie tauschen würde? Ja. Mama. Darf ich vielleicht meinen Hund tauschen mit meinem iPhone? Ja, darf ich? Ja. Was hat sie gesagt? Was hat sie ja gesagt? Ja, sie hat ja gesagt. Bist du sicher? Ja. Ja, kann der türkisch? Ja. Bekommen würdest du dieses hier? Die Mama sagt ja, oder? Ja. Also ich habe zwei Stück von denen und eine würdest du mir gehen? Ja. Ich wollte ja nie meinen Hund haben, hä? Ich wollte... Schau mal. Schau mal. Aber der beißt dir nicht, oder? Nein, er ist voll brav. Er ist voll brav. So, das ist das Handy. 14 Plus, gell? Ja. Schau mal. Aber der beißt dir nicht, oder? Nein. Bellen du da? Du da bellen? Ja, er ist gut, ne? Ja? Ja, danke. Ja, okay. Okay. Wie heißt er? Ein Teddy. Hoppala. Ja, aber er wird Zeit brauchen. Zeit? Zeit. Ich werde ihn Kevin nennen. Kevin. Kevin. Kevin, komm her. Komm her. Komm her, Kevin. Danke. Okay, danke. Alles Gute, gell? Tschüss. Ciao.